So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, nämlich eine kleine Max Out Monday Folge, notgedrungenermaßen, auch wenn heute dann Donnerstag ist, wenn das Video online kommt, aber wir sind am Donnerstag den ganzen Tag unterwegs, die Quarantäne ist nämlich beendet, man muss auch mal wieder raus an die frische Luft, bisschen hier aus dem Mief raus sozusagen und deshalb möchte ich jetzt was vorbereiten für euch, am Mittwochabend nehme ich das auf, denn morgen, am Freitag, ist der nächste Raid-Boss-Wechsel. Darkrai wird verschwinden und es gibt drei neue Raid-Bosse, die nicht neu sind, aber manche werden die noch nicht haben, weder den Pokédex-Eintrag noch das Shiny, alle drei sind aber als Shiny verfügbar. Ich zeige euch das jetzt hier wieder mit der Go-Tool-App. Wer die nicht hat, gibt es für Android, guckt mal in den Google Play Store Go-Tool-App. Finde ich immer richtig genial. Da habt ihr immer schöne Übersichten drin hier, gerade Stufe 1 Raids, Stufe 3 Raids, Stufe 5 Raids, die Mega-Raids, wann die immer wechseln, von wann bis wann die da sind, was als nächstes kommt. Ihr habt die 100% Werte da stehen, ihr habt die Conda aufgelistet, man sieht, wie viele Leute man ungefähr braucht. Wir wollen uns jetzt aber auf Stufe 5 konzentrieren. Ihr seht aktuell hier Oktober 22 bis 5. November Darkrai 21, 36 und hier 5. bis 16. November Kobalium, Terrakium und Viridium. Das ist alles auf Englisch, aber ihr habt ja die Bilder da und daran könnt ihr natürlich sehen, was Phase ist. Alle drei also als Shiny verfügbar. Kobalium und Viridium kommen beide auf 1727, auf Level 20 aus dem Raid ohne Wetterboost, was natürlich deutlich weniger ist als Darkrai. Also Darkrai ist eine richtige Maschine. Die anderen zwei wirken jetzt nicht so krass. Terrakium hingegen ist das stärkste von diesen drei Pokémon. Terrakium hat aus dem Raid frisch mit Level 20 gefangen auch schon 21, 13 WP, was nicht so viel Unterschied ist zu Darkrai mit 21, 36. Das heißt, Terrakium erreicht ungefähr genauso viel WP wie Darkrai auf Level 40 und Level 50. Ist für mich auch einfach das coolste Pokémon. Sieht am besten aus, sieht majestätisch aus, sieht gefährlich aus. Ich werde also bevorzugt mit meinem täglichen Raidpass Terrakium Raids machen. Auch bei der Raidmania am Mittwoch bitte ich euch, wenn ihr mich einladen wollt, ladet mich zu Terrakium Raids ein. Wenn ich jetzt sehe, Hans ist dran, Günther ist dahinter, aber Günther hat ein Terrakium und Hans hat nur ein Viridium, dann würde ich bevorzugt also den Günther annehmen und würde das Terrakium raiden, anstatt das Viridium vom Hans. Ja, dass euch das klar ist. Fühlt euch da nicht beteiligt. Ihr könnt nichts dazu, was für Raids bei euch sind, aber ich würde speziell auf Terrakium Jagd gehen. Ich möchte jetzt einmal hier hin. Wir möchten jetzt mal schauen, was man für Condor alles für Cobalium nehmen kann. Man kann hier nämlich einfach auf Kopieren drücken, geht dann in die App. Ich hoffe, das passt und das lädt jetzt nicht von vorne. Dann gehen wir mal in den Beutel. Diese Zwischenablage, diese Pokedex-Nummern, die wir gerade dort rauskopiert haben, können wir jetzt hier einfügen. Jetzt gehen wir mal kurz gemeinsam durch, ob wir hier noch was pushen können. Was sind das jetzt für Condor? Cobalium. Cobalium ist auch vom Typ Stahl. Ist also Kampf sehr effektiv, Feuer ist sehr effektiv. Wir werden also jetzt viele Kampf- und Feuer-Pokémon sehen. Wir haben hier Glurak. Mega Glurak. Macht euch ein Mega Glurak, gerade für die Raid-Stunde, wenn ihr viel Cobalium machen wollt, ist das eine gute Sache. Das ist schon auf Level 50. Da brauchst du nichts mehr pushen. Flamara ist hier am Start. Ist aber auch schon Level 50. Brauchst du nichts mehr pushen. Aber ich denke mal, wer jetzt ein Glurak hat, der wird jetzt nicht unbedingt Flamara nehmen. Lavados haben wir hier. Ist ein 100er. Fehlen mir aber die XL, um das hochzuziehen. Dann haben wir Entei. Ist auch ein 100er. Da können wir leider gerade auch nichts mehr pushen. Das ist schon seit 10 Jahren nicht mehr da gewesen. Das müsste mal zurückkommen, dass man da jetzt was macht. Logok haben wir letztens, glaube ich, schon gepusht, weil das ja auch Kampf ist und Kampf eben für Darkrai auch gut war. Also haben wir Logok auch schon gepusht. Hier habt ihr Schlappohr. Was ihr zu Megaschlappohr machen könnt, ist auch schon auf der 50. Hier haben wir Lucario. Ist leider auch nur auf der 40, weil ich da noch auf ein 100er warte. Aber wenn ihr da einen zappt, zieht es unbedingt hoch. Stahlobor ist auf Level 50. Auch hier dabei. Meister Griff ist nur auf 40, weil ich da auch noch auf ein 100er warte. Das hier dürfte ein 98er sein. Wenn das irgendwann dann anzeigt. Ein 98er. Den meisten würde das schon reichen, aber ich habe eh nur 79 Bonbons XL. Bevor ich jetzt ein bisschen was da reinpacke, warte ich lieber, bis ich die 296 habe. Und wenn ich dann kein 100er habe, kann ich ja immer noch mit einmal das pushen anstatt jetzt. Flampivian habt ihr hier noch dabei, aber das ist auch schon auf Level 50. Ist auch vorher das Eis. Flampivian steht jetzt dabei, weil das eben die gleiche Pokedex-Nummer hat wie das Feuer. Flampivian dürftet ihr hier aber ignorieren. Skalabra haben wir da auch. Level 50. Feuerwirbel. Hitzekoller. Auch schon gemaxed. Regirahm. 100%. Das war's. Da freue ich mich auch schon, wenn Regirahm mal zurück in die Raids kommt. Weil bisher nur einmal da. Dann als Shiny eingeführt wird. Und man XL sammeln kann, weil das 100er schon da ist. Jetzt also vielleicht nicht so sehr von Bedeutung auf Level 40, nimmst du lieber die 50er mit. Also hier sollte es klar sein, nehmt Kampf-Pokémon, nehmt Feuer-Pokémon. Machomai ist gar nicht aufgelistet, obwohl man doch mit Kryptomachomai oder generell Machomai trotzdem auch gute Pokémon hat. Ist aber egal. Glurak dürfte jemand haben nach dem Sea-Day. Dann gehen wir mal zum dritten Runder, nämlich zum Viridium. Was ja genau die gleichen WP erreicht. Und Terrakium hebe ich mir auf zum Schluss, weil ich das ja eben als bestes Pokémon ansehe. Was braucht ihr für Viridium? Viridium ist irgendwas, glaube ich, hier mit Typ Pflanze. Habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Und daher schon wieder Feuer. Feuer ist gut. Gleichzeitig neben Feuer ist aber auch Flug gut. Wo dann auch Rayquaza zum Einsatz kommt. Ich glaube, ich habe damals immer mit Rayquaza gekämpft gegen Viridium. Taubos zum Beispiel mit Orkan, mit sonst was. Ist ja auch Level 50, können wir leider nichts mehr maxen. Dann haben wir hier wieder Lavados dabei, was ja auch Flug-Moves kann. Äh, Rayquaza ist am Start. Hier mit Drachen-Moves ausgestattet, aber auch Orkan als Zweitattacke. Und ihr könnt dann natürlich Luftschnitt oder was das ist. Ist das der Quick-Boof? Ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr auf jeden Fall beliebig anpassen. Das könnte ich ändern. Könnt ihr dann also mit Flug-Moves und Rayquaza hier punkten. Dann haben wir hier Staraptor. Staraptor ist nicht auf Level 50. Level 50, das heißt, wir pushen es auf Level 50, dass wir überhaupt was gepusht haben heute. 3194. Ruck-Zuck-Hieb, Sturzflug. Das hat bestimmt noch eine Flug-Sofort-Attacke. Flügelschlag und Sturzflug. Haben wir jetzt dabei. Machen wir trotzdem auch mal noch eine zweite Ladattacke drauf, weil es jetzt ein Level 50er Pokémon ist, was alles hat. Hitzewelle dabei, okay. Lassen wir mal drauf. Vielleicht hat er noch einen anderen coolen Move. Staraptor also hier dabei. Dann haben wir Kramschäf. Unlichtflug. Pushen wir auch mal aufs Maximum. Auf Level 50. Eigentlich guter Unlichtangreifer. Seht ihr jetzt auch. Könnt ihr auch als Flugangreifer nehmen. Piekser, Himmelsfeger. Das sind an sich schon zwei gute Flugattacken. Finster-Aura dazu. Sowieso nicht. Schon kannst du es wieder für GBL einsetzen. Faser-Noob. So. Faser-Noob. 100%. Das ist der männliche. Faser-Noob. Der hier ist der weibliche. Hat der 100. Der hat keine 100. Der müsste aber 100 haben. Und weil der eh schon ein hohes, gutes Level hat, würde ich sagen, pushen wir den auch einfach hoch. Wir pushen einfach alles, was uns jetzt hier in die Quere kommt und was wir pushen können. Hier also auch Faser-Noob. Zack. Neue Attacke auch noch mit drauf. Typ Normal. Typ Flug. Hat jetzt hier Luftschnitt. Hyperstrahl und Hitzewelle. Ich glaube, Hyperstrahl tauschen wir mal aus. Luftschnitt, Himmelsfeger, Hitzewelle. Lassen wir auch so drauf. Dann haben wir noch, oh mein Gott, Fletiamo. Fletiamo können wir nicht maxen auf 50. Also lassen wir den in Ruhe. Sieht eh komisch aus. Waschkavil. Können wir auch nicht maxen. Ist ein Shiny. Lassen wir also auch weg. Dann habt ihr Boreos. Habe ich leider keinen Hunder da. Lassen wir also weg. Und wir haben Iviltal. Iviltal ist aber auf Level 50. Ist auch ein 100%iges. Habe ich damals von Taubsee to go bekommen. Also deswegen heißt es Taubsee-Tal. Ist jetzt auf Unlicht getrimmt mit Tiefschlag, Finster, Aura. Können wir eigentlich auch mal eine neue Ladeattacke hinzufügen. Und dem vielleicht noch Flugmoves beibringen, ja. Hat jetzt hier Psychokinese. Kann der überhaupt Flugmoves? Ich gucke mal kurz, wenn ich hier so schaue. Standpau Gewinnstoß. Hm. Aber wir wollen ja gar keine Viridium Raids machen. Aber Iviltal, wenn ihr eins habt, könntet ihr auch nehmen, ja. Mit Flugmoves. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wird wieder sehr teuer heute, wie ich sehe. Gehen auf Terrakium. Terrakium hier, Gestein und Kampf. Also ihr seht nochmal die Typen. Kobalium war Stahl und Kampf. Viridium war Pflanze und Kampf. Und Terrakium, Gestein und Kampf. Alle haben einen Kampftyp. Wir kopieren uns das raus. Das heißt, ich kann das jetzt auch hier zumachen. Gehe noch ein letztes Mal hier rein. Gebe jetzt nochmal hier die Nummern ein. Da stand es schon. Wir gucken hier nach Mega Bisa Floor. Jetzt haben wir nämlich hier auch Pflanzen-Pokémon am Start. Äh, ist schon auf Level 50. Kann Mega-Entwicklung. 100%. Das passt. Wir haben Turdok am Start. Auch mit Wasser gegen Gestein. Ist... Was ist das? Ah, wegen Pokedeck sortiert. Natürlich müssten wir das hier nehmen. Weil das ist ein Hunderter auf Level 50. Aber als Shiny und Best Buddy und mit Sonnenbrille. Hat auch die Sieder-Attacke drauf. Aqua Hobbitze. Hätte ich jetzt eigentlich auch eine neue Attacke noch mit drauf machen können. Ich muss irgendwann mal die ganzen Level 50er Pokémon zeigen. Und alle mal... Ähm... Kommen zu... Ach, herrje. Rüstungs-Mewtwo. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn nochmal Mewtwo zurückkommt, würde ich wahrscheinlich Mewtwo-Rates machen, um das Rüstungs-Mewtwo hochzupushen. Das ist nämlich auch ein 100%iges. Und das ist ein verdammt seltenes. Meiner Meinung nach. Weil Rüstungs-Mewtwo konntet ihr, glaube ich, zweimal bisher bekommen. Ich glaube, das wird nie wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist eine Rarität. Und das auch noch als Hunderter zu haben, ist auf jeden Fall eine fette Sache. Konfusion sehr. Ist natürlich nicht so stark. Wird jetzt auch nicht gemaxed. Wir haben Psiana hier. Psiana ist aber gemaxed auf Level 50. Auch eben Psycho-Angreifer. Dann habt ihr hier Metagross auch auf Level 50. Auch Best Buddy. Mit Psycho-Attacken, aber auch Stahl-Attacken. Wir haben... Was haben wir noch? Wir haben wieder Schlappohr. Wir haben wieder Lucario am Start. Wir haben wieder Stahlobor. Wir haben Meistergriff. Wir haben Demeteros. Demeteros jetzt aber anders. Denn wir haben hier Demeteros in der Tiergeist-Form. Mit Boden-Moves. Und neuer Attacke. Auf Level 50. Mit 100%. Ist auch aus einem Glückstausch entstanden heraus. Sieht man hier. Sieht gut aus. Und wir haben hier noch ein zweites Demeteros. Was auch 100% hat. Aber nicht genügend Bonbons, um das noch hochzuziehen. Ist hier aus einem Raid noch rausgekommen. Kann man mitnehmen. Hoppa ist noch am Start. Also Hupa. Könnte man auf 40 ziehen. Aber das würde ich dann mal in einer Spezialfolge machen. Wo ich alle mysteriösen Pokémon auf 40 pushe. Da zählt Hupa dazu. Also Hoppa. Ja, es heißt Hupa. Ich habe es jetzt Hoppa genannt. Und Zarude zählte auch dazu. Bei Zarude habe ich jetzt 2300 Bonbons. Das sammle ich nämlich, dass ich es mal auf 50 ziehen kann. Obwohl das hier mega schlecht ist. 11, 10, 11. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen sammeln. Level 40 kann man da aber bedenkenlos machen. Die Bonbons sind ja im Prinzip nichts wert. Das sind doch eigentlich schon die Konda. Ich würde hier wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, Bisa Floor in der Mega-Entwicklung mal mitnehmen, dass das wieder was macht. Ansonsten ein paar Mewtwo's rein. Und vielleicht noch ein paar Kampf-Pokémon oder so. Ansonsten war das eigentlich die Max Out Monday am Donnerstag Folge. Also eigentlich doch Max Out Thursday. Habt ihr Bock auf die neuen Pokémon? Was werdet ihr raiden? Was braucht ihr? Cobalium, Viridium oder Terrakium? Braucht ihr noch einen Shiny? Von wem braucht ihr das Shiny? Braucht ihr noch einen Pokedex-Eintrag? Von wem? Und welches von den dreien findet ihr am coolsten? Welches werdet ihr am meisten raiden? Mein Standpunkt ist klar. Jeden Tag täglicher Pass für Terrakium. Und in der Raidmania Terrakium bevorzugt annehmen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns am Freitag wieder. Zum wahrscheinlich Terrakium Community Raid. Außer ihr sagt, ich soll den ersten machen, der kommt, ohne zu wissen, was drin ist von den dreien. Überraschungseffekt. Wäre auch eine Möglichkeit, da lasse ich aber im Community abstimmen. Ähm, joa. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out. Die liegen alle da und schlafen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Vielen Dank.